Gegen 8.05 Uhr hat es hier offensichtlich einen bewaffneten Banküberfall gegeben. Wir gehen nach der Zeit im Stand davon aus, dass ein Täter hier Angestellte, die sich in der Bank befunden haben, zur Herausgabe von Bargeld gezwungen hat. Der Täter hat offensichtlich anschließend die Bank verlassen. Eine recht auffällige Personenbeschreibung liegt uns vor. Ein männlicher Täter, bekleidet offensichtlich mit einem Kittel und wie auch immer gearteten Überziehschuhen über seine normalen Schuhe, sprach gebrochenes Deutsch. Weitere Personenangaben liegen uns zum Täter noch nicht vor. Es ist so, dass die Angestellten sich hier in der Bank dann auch bemerkbar machen konnten. Die sind alle Gott sei Dank unverletzt, werden derzeit vorsorglich medizinisch betreut.